und hier ein weiteres kleines kurzes video mit einem hörbeispiel eines zuges diesmal habe ich eine andere lok aufs gleis gestellt und auch andere wagen angehangen das ist immer unterschiedlich was für ein zug man über die anlage fahren lässt ich habe ja unter die schienen kein kork verlegt nur so kann man ein halbwegs authentisches geräusch nachbilden eines fahrenden zuges ich werde jetzt erstmal den sound lassen der lok ja wie man hört hört man nicht viel schön leise aber es geht auch anders werden wir jetzt die kamera umstellen und die kamera direkt auf benachbarte gleise setzen die durch eine weiche verbunden sind dadurch überträgt sich viel besser die resonanz das sollte auch wieder gewesen sein ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss und außerdem bedanke ich mich immer bei den zwei daumen nach unten drückern das ist sehr schön ich freue mich darüber dass es sehe ich auch als positiv an dankeschön